Willkommen im Kanton Appenzell, unserem Einstieg in die Alpen. Der Tag beginnt heute mit einer Rallye, vielen kniffligen Fragen und schönen alten Gebäuden. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit den letzten Sonnenstrahlen haben wir den Friela Pass erreicht. Das war definitiv eine der längsten und auch höchsten Routen heute und ich glaube hier ist es super schön. Wir haben endlich mal wieder ein bisschen Schnee und super angenehme Luft. Und jetzt viel Spaß beim Rekuperieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sind mit dem Elektroauto auf den San Bernardino Pass über 2000 Meter Höhe gekommen. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um einfach mal zu sagen, was ich im Moment so von der Elektromobilität und vor allen Dingen von der Wave halte. Man muss sich überlegen, wir bereisen die Schweiz, die Grand Tour Switzerland, ohne dabei auch nur einen Gramm CO2 auszustoßen. Und ehrlich, es ist einfach super. Wave Trophy 2017 mit dem Elektroauto durch die Schweiz. Das war jetzt unser vierter Bergpass. Die Technologie hat sich erprobt. Jetzt brauchen wir nur noch mehr Ladeinfrastruktur und größere Batterien. Und dann hat jeder ein Elektroauto bei sich zu Hause stehen. Und dann hat jeder ein Elektroauto bei sich zu Hause und drehen. Ah